Ach, Gemeier, Elbeth! Gemeier! Was möchtest du denn, hey? Ach, Fubi, ich hab keine Ruhe. Ich guck mir die wunderschönen Blumen an. Von der Familie Lapp von Dürrenstein. Ist aber eine Schönheit. Eine Vielfalt, direkt Kunst ist das. Wunderschön. So schöne Sachen. Alle Farben, alle Sorte. Also hier kann man nur sich freuen. Ja, Firma Lapp, die dritte Generation schon. Aus Dänigkeit. Ich und die Oma hat gut gekannt. Ja. Der Elbeth. Der ist aber eine Blume schöner wie die andere. Ja. Das ist wunderbar. Das sind Sorte, die hat man früher nicht gekannt. Hat man die Gerania und die Margritte und der Wartefall erledigt. Ja. Und Blutsfleck. Hab ich noch nie gehört. Blutsfleck? Wattwort neue. Und die Frau Lapp hat Korallenfuchschen. Die Blühe doppelt und dreifach. Hab ich noch nie gehört. Das ist wunderschön. Und hier sind ja etliche Farben in einem Topf. Ja. Aber das hat es doch auch noch nie gehört. Das ist doch eine Schönheit. Schönheit. Ja. Also ihr Leute, weil sich hier nicht freuen. Das Trank ist doch wunderschön. Ja. 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 Ja.